Hallo Freunde, wir haben einen sauberen Loop und hoffentlich werden wir den auch komplett durchziehen können, ohne große Fails, ohne große Probleme und wir starten mit der ersten Map am Morgen und schauen mal, dass wir die Sektenführerin umnieten können und natürlich auch das Feuerwerk etwas sabotieren. Ja, redet man so mit seinem Vater? Okay, das war jetzt, ähm, nicht ganz so gut, aber unsere Unsichtbarkeit ist natürlich auch noch nicht so geil. Okay, das hätte ich eigentlich auch ein bisschen dezenter machen können. So, nochmal eben schnell nachladen. Ja, aber zumindest haben wir jetzt hier schon ordentlich was umgenietet, was uns dann natürlich nicht mehr Hinterrücks erwischen kann. Ich brauche jetzt halt nur ein bisschen HP. Gut, da haben wir was, sehr schön. So, da haben wir den Container, 80 Meter und 90 ist die gute Harriet. Upsala. Oh, ein bisschen zu früh rüber gelaufen. Wunderbar, das hat jetzt besser funktioniert. Schlechter ging aber auch nicht. Wollen wir es eigentlich, wäre eigentlich cool, wenn ich es mitnehmen könnte. So, einfach mal killen. So, was ist da jetzt explodiert? Das war ich doch nicht, oder? Und das Ding haben wir schon gelesen. Code geben wir ein. Ah, shit, ich habe es schon wieder vergessen. Ich würde sagen, zwei. Okay, das scheint korrekt gewesen zu sein. Das war aber ein richtiger Fail jetzt, dass ich auch noch vergessen habe, was ich da eingeben muss. Oh, sogar noch einen Erfolg freigeschaltet, der komplett random war. So, ich weiß, glaube ich, immer noch nicht, wie man da reinkommt. Am Anfang habe ich da ja immer eine Granate reingewemmst. Genau pünktlich zur Show. Ja, das Ding ist blockiert. Ja, das Ding ist blockiert. Heute ist unser erster Tag. Nicht nur des Loops, sondern der erste Tag unserer Reise. Unsere spirituelle Reise. Zwei verschrubene Wege führen uns die Loops jenseits. Ja, da kommen wir natürlich auch nicht rein. Gut, das habe ich noch nie versucht, aber es hat funktioniert. Okay, das war das erste Mal, dass wir das so gemacht haben und es hat anscheinend auch funktioniert. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich so eine Tafel von ihr bekomme. Ich war ja noch nicht hier. Alles klar, dann haben wir aber dieses Gebiet hier schon geschafft. Ich muss jetzt halt nur noch rauskommen, ohne drauf zu gehen. So, hier nehmen wir auch noch mal ein bisschen was mit. Upsala, willst du mich in die Luft jagen oder was? Das ist aber nicht nett. Nein, 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 nein. Na, kleinen Kaliber können wir gut gebrauchen. Was ist das hier für eine Waffe? Ach, diese Wieperngeschichte. in den nachbar raum da war ja sowieso so gut wie alles schon tot einmal hier rüber jumpen wir haben einfach dahin ab wo wir eben hergekommen sind da hinten ist was zum heilen sollte ich auf jeden fall auch mitnehmen nicht dass ich gleich noch bei der flucht drauf gehe wobei ich ja noch zwei zeitsprünge zurück habe aber egal verlassen das sieht doch schon mal gut aus war lief gar nicht mal so schlecht einfach mal durch porten einmal raus und dann haben wir die sekten dame down und mehr mit dem feuerwerk auch ich weiß gar nicht charlie ne plapper maul die beiden sind schon mal weg experiment ruinieren ok schauen wir hier noch mal auf den loop experiment dann haben wir die turtel täubchen und dann zum schluss die dreier gruppe direkt reinspringen die welt kommt schon mit charlie klar aber wem sage ich das dir ist die welt doch scheißegal okay also sie hat schon gecheckt dass wir auf dem richtigen weg sind und versucht mit gesundem menschenverstand das wird aber nicht funktionieren wunderbar weg ist so wir laufen jetzt hier aber von einer anderen seite dahin also von hier bin ich noch nie irgendwo hingelaufen und es ist auch ziemlich laut oh shit oh shit ja wo bist du das könnten alle gewesen sein typisch igor der steht einfach auf unsichtbarkeit muss ich mir jetzt noch so ein gerät holen ich hoffe hier sind irgendwo welche das habe ich mir schon alles durchgelesen aber da oben ist alles mögliche doch ja klar hier ist das normalerweise bin ich hier raus gekommen dann hat er hier doch immer gepinkelt ja so und dann porten wir uns hier einmal rein nee dieses ballistik gedöns brauche ich nicht das brauche ich so einfach raus porten bisschen damage kassieren das passt schon 532 alles klar muss hier noch vor den code eingeben gut und jetzt kann ich abhauen kommen die beweise nehmen wir mal mit kann ich nicht okay aber dann nehmen wir hier diesmal den kürzeren weg das ging ja auch ziemlich schnell das heißt den müssen wir auch nicht killen dann müssen wir gleich nur das liebespaar umnieten und dann der dreier im finale wobei einer geht alleine drauf der hund ist kacke wendy weiß ich wo sie ist nur die tutel täubchen müssen wir jetzt in den bunker einsteigen wo die dann am rummachen sind du bist einer von uns oder ein visionär dachte ich mir schon ich weiß was das heißt was meinst du passiert wohl wenn du den loop bricht wir alle verschwenden von hier ähm nein leider nicht dann sind wir alle tot das weißt du nicht vielleicht bricht die anomalie zusammen und bringt uns um vielleicht ist da draußen auch einfach nichts mehr vielleicht ist der cold der aus dem loop kommt eins von den arschlöchern die dir ständig begegnen tja oder es schlägt mitternacht und wir glorreichen neun bleiben das leben ist ein einziges vielleicht lässt sich nicht ändern sieht düster für uns aus wie immer gut die sind anscheinend beide wirklich hier drin werden sie nackt sein wer weiß da schleichen wir mal rein damit die uns nicht hören äh bin ich jetzt im falschen bunker es gab ja zwei ja shit bin ich doch glatt zum falschen gelaufen aber jetzt ist halt die frage war das jetzt hier ich habe hier schon wieder alles vergessen wo sind die beiden ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr wie der code war ähm was sagt der hinweis ja das bringt mir jetzt nicht wirklich viel na gut dann ballern wir uns durch ja ja mein na sonst noch jemand und gut hier sind die türen dicht ja da werden wir aber auch nicht durchkommen oder alle schon mal down der funktioniert natürlich auch nicht zugang yo shit wie komme ich da jetzt zu den beiden da hinten geht es zum plappermau das ist für uns jetzt glaube ich komplett irrelevant da war glaube ich noch irgendwo ein dritter oder eine dritte das muss doch quasi hier über diesen bunker gewesen sein 1104 41 ok 1104 41 24 so war das ja stimmt nein noch weiter runter ich wollte sie als du noch anfing was ist mit der los so jetzt ist sie down wow ok die war aber jetzt ein bisschen schwerer down zu bekommen hat er auch die dicke pfeffermühle oh ich glaube ich sollte mich mal bei allen hier abzuhauen äh wo komme ich jetzt hier raus oder wo muss ich raus da hätte ich mir vorher ja verdammt ah ok da wo wir hergekommen sind gut ach so umnieten runter und dann den schacht wieder hoch ah du bist glückwunsch ich habe mich verändert Man kann nicht alle lieben. Wir beide. Scheiße, es gibt kein wir. Fia und Charlie, hältst du das für gesund? Hier geht es um dich, Cole. Und mir geht es um alle. So sieht's aus. Hau doch ab. Wer haut hier jetzt ab? Okay, jetzt können wir auch ganz unberührt abhauen, denn alle Gegner sind ja down. Gut, bislang war das hier noch am... Ja, schwerst nicht, aber sehr tricky, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. So, lasst mich in Ruhe. Gut, dann haben wir noch ein Ding, was wir durchziehen müssen. Bis der Loop komplett... Ja, was heißt komplett? Aber bis wir dann in dieses komische Ding steigen können. In diese Rakete, um uns dann in die Mitte zu jagen, wo Töchterchen auf uns wartet. Und da ist es auch schon. Jetzt sind es drei, die dran glauben müssen. Egor geht sowieso drauf. Ach, das machen wir schon. Das sehen wir schon gleich. Weißt du, ich freue mich tatsächlich drauf. Oh, willst du dir auch ein Bart wachsen lassen? Die Stoppeln nerven. Nein, darauf dich zu sehen. Zu reden. Mit dir. Auf Augenhöhe. Dafür haben wir reichlich Zeit, wenn ich den Loop gebrochen habe. Ich hoffe, du hörst mir zu. Und ich hoffe, du verstehst, dass ich das auch für dich tue. Sei vorsichtig auf der Partycode. Du hast es fast. Ja, wir haben es fast. Dürfen es jetzt halt nicht verbocken. Und diese Mission oder diese Map ist ja meine Nemesis. Das hat in der Vergangenheit nicht ganz so gut geklappt. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir diese Biergeschichte wieder von vorne machen müssen. Oder ob uns Alexis vielleicht direkt schon angezeigt wird. Wenn er uns direkt angezeigt wird. Oder eigentlich ist es egal. Wir können uns ja erstmal Igor und Wenji schnappen. Wenji ist ja oben auf dem Dach. Sehr schön. Genau. Wir gehen, glaube ich, lieber erstmal aufs Dach. Die sind aber auch alle auseinander. Aber gut, Wenji. Wenji ist Nummer 1 und dann schauen wir weiter. So, bevor ich da wieder fahle, gehen wir mal den Weg. Ah, Frank ist down. Sehr schön. Okay, Schokobier. Oben Wenji und Alexis sind... Ach, Wenji und Igor sind gemeinsam. So, ich will mich mal eben vergewissern. Okay, Alexis wird uns nicht angezeigt. Es ist noch das Fragezeichen. Shit. Dann müssen wir das mit dem Bier doch noch machen. Ah, sieh mal einer an. Da haben wir eine Rampe. Das scheint durchaus zu funktionieren, wie ich es vorhabe. So, Wenji und Igor sind down. Sehr schön. Aber ich bin auch umgekippt. Das war natürlich nicht Teil des Plans. Alexis wird noch mit einem Fragezeichen angezeigt. Okay. Okay. Gut, dann müssen wir hier das Bier doch noch mal ausschalten. Wow, das war knapp. Einmal zudrehen. Also schnell abhauen, damit die mich vergessen. Na, komm schon. Gut. Er dreht schon durch. So, wer ist jetzt Alexis? Und er hat ein Dinkels Trinkgeld bekommen. Okay, aber wir sind noch im Spiel. Jetzt müssen wir warten, bis Alexis da ist. Aktivieren dann da den Fleischwolf. Mal schauen. Aber ich hätte auch irgendwie gedacht, dass dann hier irgendwelche Dinge aktiviert werden. Was komisch ist, diese Egors Geschichte hat ihn ja trotzdem unsichtbar gemacht. Zwar nur kurz, aber dennoch. Aber komm schon, Alexis, du bist der letzte Tauchauf. Ja, shit, dass ich sie auch nicht. Gut, dann von hier porten wir uns einmal da hin. Dann geht's runter. Aktivieren den Reißwolf und hauen dann nach oben hin wieder ab. Und so wie wir hergekommen sind, laufen wir dann zurück. Dann müssen wir wahrscheinlich noch in diese komische Rakete einsteigen. Gut, ich glaube, ich mache nochmal eben schnell eine Pause. Und hole euch dann wieder rein, wenn Alexis am Start ist. Okay, da ist er. Oder wir machen es einfach so. So, jetzt nochmal. Ach, genau. Da wollen sie uns in dieses komische Gefährt reinbringen. Das ist in Ordnung. Doch, du sollst das ignorieren. Oh, shit, 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 shit. Boah, fast auch noch hier runtergefallen. Na, komme ich da nicht durch? So, einmal da hin. Ja, verdammt. Töchterlein ist auch noch auf der Jagd. Ah, da ist jemand. Wir müssen die Antenne hacken. Ja, shit. Oder obwohl die... Wofür sollen wir die hacken? Wir wollen doch nur da hinten... durch... Ja, erstmal hier... Kommen wir hier auch durch? Ja, könnte sogar sein. Interessant. Nicht, dass ich mich jetzt hier richtig verlaufe. Na, komm schon. Okay, da unten ist dieses komische Ding. Ach, da... Da ist der Weg nach unten. Okay, good. Sehr schön. Das haben wir schon gelesen. Wunderbar. Und dann steigen wir mal in dieses komische Gedöns hier ein. Ja, rein da. Rakettoplan. Rakettoplan. Ah. Oh, okay. Ja, hat ja nicht so funktioniert wie geplant, ne? Mit drüber fliegen, dann rausjumpen und schön entspannt landen. Aber wir sind gelandet. Na gut. Haben wir hier noch irgendwas? Keine Munition? Gut, jetzt muss ich meine eigene Tochter abknallen oder wie? Das wird interessant. So, da ist sie. Ist aber auch ein bisschen unfair, ne? Wenn wir mit gezogener Waffe auf sie zugehen. Okay, Tafeln blockiert. Okay, Chancengleichheit. So, sollen wir jetzt schon eine Kugel in den Kopf jagen? Aha. Ob das so gewollt war? Im Loop bleiben? Ach, springen jetzt. Oder im Loop. Also wir haben die Möglichkeit im Loop zu bleiben. Dann müssen wir springen. Also Minimum zweimal durchspielen, um beide Endings zu sehen. Interessant. Juliana. Hat's geklappt? Okay, dann los. Du bist gerade aufgebracht und hast keine Ahnung, was hier los ist? Keine Angst, Plappermode Frank ist für dich da. Hier ist der erste Song meines ersten Albums. Oh Junge, wie die Zeit verfliegt. Jetzt nicht mehr. Allen einen schönen... I'm rising from my shallow grave And I'm more than my switchblade tight Cause you can blast me with dynamite But I won't rest in pieces I'm a revenant baby I'll be back It's gonna be one pale morning All middle of the night When I come round to take your life I know it will feel alright Cause you can bury me underground Paved over for good measure I'm a revenant baby And I'll be back Ooh, he's a revenant Ooh, he's a revenant Ooh, he's a revenant Ooh, he's a revenant Be sure to watch your sex I'm out with the boys tonight And if we see your cheating face Well, you're in for a fight, my darling Cause you can try to drown me, babe But I won't sleep with the fishes Nur die Sektenführerin ist darüber glücklich Dass der Loop gebrochen ist Interessant Alle anderen haben es anscheinend geliebt Ooh, he's a revenant 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 Watch out now! Ooh, he's a revenant Untertitelung des ZDF, 2020 Jo, alles klar, das war's. Zumindest das Ending, wenn wir den Loop brechen. An sich eigentlich ein ziemlich cooles und interessantes Game, aber halt auch sehr eintönig, weil wir permanent dasselbe machen. Jo, alles klar. Wie schaut's jetzt aus, wenn wir jetzt hier reingehen? Ja, sehr schön. Wir haben immer noch alles aufgedeckt. Das heißt, wir müssen quasi den Loop nochmal in derselben Reihenfolge durchlaufen, könnten uns dann das andere Ending anschauen und natürlich auch nochmal alle Tafeln und so weiter holen, damit's dann von Mal zu Mal einfacher und übersichtlicher wird. Mal schauen, ob ich das noch machen werde. Ich werde mir nochmal die Erfolge anschauen, vielleicht nochmal den ein oder anderen machen. Aber hier wird das Projekt erstmal offiziell beendet. Also, wenn man's im Game Pass zocken kann, würde ich sagen, wieso nicht? Ansonsten ist das, glaube ich, eher etwas für diejenigen, die diese Stealth Games zu schätzen wissen, lieben, dafür brennen. Ich fand's jetzt wirklich sehr eintönig. Hatte zwar auch gute Elemente, aber es hat mich halt auch massiv aufgeregt und frustriert. Aber das gehört nun mal auch dazu. Schöne, nette Abwechslung, aber irgendwie so als Titel kaufen würde ich's mir nicht im Game Pass, aber vollkommen in Ordnung. Und, ja, wenn man so auf die Art von Games steht, kann man auf jeden Fall mal reinschauen und alle Game Pass User sowieso und dann selbst mal spielen und herausfinden, ob das was für einen ist oder nicht. Ich muss aber sagen, ich bin schon recht glücklich, dass dieses Projekt nach so langer Zeit nun auch endlich erledigt ist. Ich bin schon recht glücklich,